Beim Projekt Clean Energy for Tourism wollen wir die Skigebiete dabei unterstützen am Weg zur Dekarbonisierung. Dabei geht es um die Steigerung von Energieeffizienz durch die Integration erneuerbarer Energien und Technologien und auch darum, die Energieautonomie zu steigern. Und wir versuchen natürlich auch aus Salzburg hier dabei zu unterstützen, dass wir die Energie, die selber erzeugt wird in Zeiten, wo es nicht benötigt wird, dass wir das für sie im Pumpspeicher Diesbach speichern und dass wir ihnen das dann zur Verfügung stellen, genau dann im Winter, wenn es für die Steinung benötigt wird. Das Projekt wird gefördert vom Klima- und Energiefonds und wir sind hier Mitglied von der Fahrzeugeregion New Energy for Industry.